Parker, bist du schon auf, Schatz? Beeil dich, du kommst zu spät. Parker! Wo zum Teufel sind meine Kekse? Oh. Mami, Daddy, heute Nacht hatte ich solche Angst. Ich dachte, da wollte jemand bei uns einbrechen, und zwar lange nach Mitternacht. Dabei war es nur Parker. Parker, warst du gestern Abend weg? Parker, trödel nicht so, du kommst zu spät. Schule. Eine perverse Erfindung. Täglich von neun bis drei und das zwölf Jahre unseres Lebens. Das macht zusammen 93 Milliarden Stunden. Wahnsinn. Der, der bin ich, Parker Lewis. Das ist spät dran, aber ganz cool. Ah, die Schüler der Santo Domingo High School. Sie sind mehr als nur Klassenkameraden, sie sind meine Kunden. Parker, du bist Hackfleisch. Mikey Randall, mein bester Freund. Er kennt all meine Geheimnisse. Die Muso sucht dich. Kein Problem. Ich trag das für sie, Sir. Jerry Simon. Auch er kennt all meine Geheimnisse. Ein echtes Privilegverein aus der Unterstufe. Ich sag ihm dauernd, er braucht meine Bücher nicht zu tragen. Aber das Mittagessen musst du uns schon holen. Die meisten hassen die Schule, aber ich seh das so. Wenn ich da schon hin muss, soll's wenigstens Spaß machen. Entweder man arbeitet für das System, oder man lässt das System für sich arbeiten. Das wären wir also, die besten Freunde. Wir gehen gern zur Schule. Wir bekommen eine Ausbildung und die Geschäfte laufen gut. Und nun zum morgendlichen Geschäftsbericht. Wir gehen.